Der Schlimme war ja bei uns war Wolkisch, aber wenn man kommt, steht da einer von uns am Hocken und sagt, es geht nicht gut. Da tut man aber keinen Druck mehr. Die Verbandungsgemeinde und die Polizei nicht. Auf Emolien haben wir gesagt, er hat keine Kunstungsgrenze, wann haben sie den Endes für die 2. Kommen wir? Weil so viel, so viel gibt es auch die 80er Kunstungsgrenze. So, ihr und Kauffader nicht, Kauffader nicht, sagst du mal eine Frage. Steht schon den nächsten Tag? Steht schon den nächsten Tag auf Emolien. Und da seid ihr zugekommen. Dann bin ich schnell, da hat sie mich gar nicht zurückhalten können. Also, was war's, ob ich Golf oder was? Die hat nachher nicht gut ausziehen. Aber die hat Sport gerne gehabt, die hat Moga Sport gerne gehabt. Sie hängt hinterher ab und ich strebt. Und dann runter. So, auf einmal so, schnell auch schon. So, auf einmal so.